Telekolleg Wohnheim Folge 1 Nachtruhe Für ein angenehmes Miteinander ist ab der Tageszeit von etwa 23 Uhr mit besonderer Rücksichtnahme auf seine Mitmenschen von geräuschintensiven Aktivitäten abzusehen. Als besonders störend könnten folgende Tätigkeiten gewertet werden. Lautes Musik hören, musizieren und singen, handwerkliche Betätigung jeglicher Art oder schreien. Sie können dennoch auf folgende geräuscharme Alternativen zurückgreifen. Schlafen Lesen Oder auf Klausuren lernen Okkulte Opferrituale praktizieren Meditieren Oder der stille Musikgenuss mit Kopfhörern Und damit auf Wiederschauen Bis zum nächsten Mal